Ihr wollt eine Pfeife kaufen, aber habt absolut keine Ahnung, welche ihr da eventuell nehmen solltet. Ich habe einige hier, ich rauche schon viele Jahre und konnte viele verschiedene Pfeife testen. Wir gehen jetzt zusammen in meinen Flur und ich versuche euch einfach mal einen groben Überblick darüber zu verschaffen, welche Pfeifen es so gibt und welche vielleicht für euch interessant sein könnten. Wichtig, wir teilen das Ganze 0 bis 100, 100 bis 200, 200 bis 300 Euro auf. Dann kommen noch Dradi-Pfeifen, dann kommen noch russische Pfeifen und dann auch noch Travel-Pfeifen. Das heißt, egal was ihr sucht, es sollte auf jeden Fall was für euch in diesem Video hier mit dabei sein. Legen wir los. Ah ja, und auch extrem wichtig, zu fast allen Pfeifen hier auf dieser Liste gibt es einzelne Videos. Das heißt, ich werde nicht zu krass ins Detail gehen, aber falls euch was in diesem Preisbereich, wo ihr eine Pfeife sucht, gefällt, schaut euch dann nochmal die richtigen Videos an, wo ihr dann alle Infos dazu findet. Aber wenn ich euch zu jeder Pfeife hier viel erzählen würde, würden wir ewig sitzen. Hier den Überblick verschaffen, was findet ihr schön, was ist preislich für euch interessant und dann die Reviews dazu gucken und dann eine Entscheidung treffen. Wir gehen einfach in meinen Flur, hier stehen meine ganzen Pfeifen im Büro und wir gucken uns jetzt mal der Reihe nach an, was besonders gut ist. Als erstes fangen wir an mit relativ günstigen Einsteigerpfeifen. Meiner Meinung nach immer noch die beste Empfehlung, wenn es um Einsteigerpfeifen geht, alle die MVP Reihe, Epochs Reihe, wir sehen hier verschiedene. Einmal die goldene ist eine MVP 360, dann die schwarze ist eine Epochs Pro und rechts davon noch die Steckvariante von den Pfeifen, die Epochs 425. Alles sehr, sehr erschwingliche Pfeifen, die von der Qualität her absolut mehr als ausreichend sind und vom Rauchvergnügen her genau dasselbe bieten wie eine größere Pfeife. Die sind dicht, die haben einen angenehmen Anzug, die sind aus Edelstahl, das heißt die halten lange, sehen meiner Meinung nach noch gut aus und vor allem sind sie sehr, sehr günstig zu haben. Ein paar Pfeifen, die ich jetzt leider nicht hier im Büro habe, weil ich selbst keine besitze, aber trotzdem noch eine Empfehlung wert ist. Es gibt von Amy extrem günstige Pfeifen auf Amazon, da kriegt man teilweise ein Komplettset für 40, 50 Euro, wo alles mit dabei ist. Die sind jetzt nicht so geil wie die, die ich euch jetzt empfohlen habe. Allerdings sind auch alle, die ich euch empfohlen habe, ungefähr doppelt so teuer. Also wenn ihr wirklich für möglichst wenig Geld eine Pfeife kaufen wollt, dann ist so ein Amy Komplettset für 40 Euro von Amazon gar nicht so eine dumme Entscheidung. Aber die sind safe geiler meiner Meinung nach. So und um die Liste von Pfeifen unter 100 Euro abzuschließen, habe ich dennoch die Ocean Hooker Fusion Air. Eine Pfeife, die für 99 Euro mit einer coolen Standardball kommt, die sogar Katz hat, ein kürzbares Tauchrohr hat. Es ist ein Mundstück dabei, sogar ein sehr cooles mit so einem Glaseinsatz. Auf jeden Fall sehr geiles Rauchverhalten, Verarbeitung ist absolut in Ordnung, kriegt eine Edelstahlpfeife in drei verschiedenen Farben. Es gibt die auch noch in Gold und das alles für 99 Euro ist basically unschlagbar in dem Preisbereich. So die letzte Pfeife unter 100 Euro, die ich euch ans Herz legen will, ist die Viroversa. Bei mir jetzt zwar auf Cesar Bowls, aber mit einer Standard Bowl. Und ohne die Sleeves fängt die Pfeife bei 80 Euro ohne Bowl oder 100 Euro mit Bowl an. Ist eine Stickpfeife, das heißt sie sieht nicht krass besonders aus. Ich finde sie sieht trotzdem cool aus, aber sie sieht halt sehr roh aus. Aber man kann sich ja auch im Nachhinein, wenn man das dann irgendwann noch möchte, noch mehr Sleeves dazu holen. Weil hier gibt es diese Modsets mit verschiedenen Sleeves und dann kann die Pfeife halt auch so relativ schnell aussehen. Man hat ein gutes Rauchverhalten, man hat die gewohnte Verarbeitung von Viro und das für einen Einsteigerpreis von ab 80 Euro oder mit Bowl 100 Euro. Was auf jeden Fall eine sehr gute Investition ist als erste Pfeife. Plus man kann sie im Nachhinein noch ausbauen, wenn man das möchte. Das war es jetzt aber schon für die Empfehlung für unter 100 Euro. Als nächstes gucken wir uns 100 bis 200 Euro an. So, als nächstes kommen wir zu diesem Prachtstück hier, die Mose Breeze 2. Hier jetzt auf einer Caesar Bowl, eine Pfeife, die 150 Euro kostet. Und da kriegt ihr jetzt schon einiges für euer Geld. Wir haben mehrere Blow-Offs, wir haben Wechselsleeves, wir haben natürlich Steckboards, die wir drunter packen können. Es ist ein cooles Mundstück schon dabei, aber auch beim Mundstück gibt es dann wieder Add-ons in verschiedenen Art und Weisen. Also hier kriegt man schon ein extrem geiles Paket. Breeze 2, für mich immer noch eine von meinen absoluten Lieblingspfeifen. Immer eine Empfehlung wert. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber auf jeden Fall nicht in die Jahre gekommen. Immer noch eine sehr geile Empfehlung. Und auch bei Mose gibt es natürlich den Code SWG. Als nächstes gucken wir uns hier die Pfeife in der Mitte an. Die Viro Evoque ist meine absolute Lieblingsempfehlung, wenn jemand sagt, ich brauche eine Vierschlauchpfeife. Ich brauche unbedingt vier Anschlüsse, weil ich mit meinen Freunden zusammen an einer Pfeife rauchen will. Dann ist das hier mit Abstand die beste Pfeife unter 200 Euro mit vier Anschlüssen, die man sich kaufen kann. Pfeife hat vor allem eine Besonderheit und zwar kann man den Schlauchanschluss drehen, um dann trotzdem zu entlüften und hat dann auch einen coolen Blow-Off. Das gibt es so bei keiner anderen Pfeife und erst recht nicht in diesem Preissegment. Gibt es in verschiedenen Farben. Man kann sich einen Steckballadapter dazu holen. Man kann sich die Pfeife auch komplett ohne Bowl kaufen, mit Schraubbowl kaufen, wie man das möchte. Guckt da am besten einfach mal bei Aeon bzw. bei Viro vorbei und guckt euch da mal ein bisschen im Shop um. Aber sucht ihr eine Vierschlauchpfeife unter 200 Euro und ihr wollt was Geiles haben, Viro Evoque. Beste Empfehlung. Die nächsten Pfeifen, die wir hier haben, sind die Pfeifen von Viro. Da haben wir mehrere am Start. Und zwar haben wir hier zweimal die Viro Penta. Penta wegen den verschiedenen Materialien, die hier benutzt wurden. Die Besonderheit an der Penta ist, wir haben einen Tellerschliff. Falls euch sowas wichtig ist, würde ich zu der Penta greifen oder falls die euch einfach besser gefällt. Ansonsten würde ich euch wahrscheinlich lieber diese hier drüben empfehlen. Das ist die Viro Spectre. Die Spectre hat die Besonderheit, dass man sowohl am Teller vier verschiedene Blows magnetisch verstellen kann, als auch an der Base. Sind aber alles Einschlauchpfeifen. Bei der Spectre ist noch das Coole, die Standard Bowls sehen sehr, sehr cool aus. Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass bei ein paar Leuten die Farbe abgegangen ist. Bei mir ist es allerdings noch nicht passiert. Also ich kann es von mir aus auf jeden Fall nicht bestätigen. Wenn euch Blows wichtig sind, greift zu der Spectre. Wenn euch die Optik von der Penta besser gefällt oder euch der Tellerschliff wichtiger ist, dann würde ich wahrscheinlich zu der Penta greifen. So, eine der letzten Pfeifen, die wir noch in die 100 bis 200 Euro Kategorie reinbekommen, ist die Stimulation Expansion Mini. Eine sehr besondere Pfeife von Stimulation, die mit einem genialen Verschlusssystem kam. Guckt euch, wie gesagt, gerne die Videos zu den einzelnen Pfeifen an, wenn die euch genauer interessieren. Wir haben aber eine endlich mal kleine Steckball-Variante bei einer Stimulation. Unglaublich nice. Was man bei Stimulation natürlich auch bekommt, ist Qualität ohne Ende. Das heißt, bei der Verarbeitung müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Hier sind wir jetzt auch langsam in einem Bereich, wo es ein Wollen und kein Brauchen mehr ist. Die Stimulation ist aber wirklich eine geile Pfeife. Gutes Rauchverhalten, genialer Verschluss. Coole Blow-Offs dank X-Blow-Off. Sehr, sehr nice Ding. Ein absoluter Klassiker in der Shisha-Welt. Beide Pfeifen, die ihr seht. Einmal links die Goldene und rechts in der SWG-Edition. Die Aeon Edition 4 Lounge. Wird euch auch unbedingt die Lounge Edition empfehlen. Für mich wirklich, wie gesagt, eine der besten Pfeifen, die es jemals gab. Absoluter Klassiker. Durchzug hervorragend. Entlüftung cool. Es gibt mehrere Sleeves, die man sich holen kann. Es gibt unglaublich viele Bowls, die man sich holen kann. Es gibt einen Steckball-Adapter, den man sich holen kann. Also Zubehör und Co. Wirklich einfach überragend. Für mich eines der besten Rauchverhalten, die es so gibt bei Pfeifen. Absoluter Klassiker. Geht immer. Für mich gehört eine davon in jeden guten Shisha-Haushalt rein. Aber für mich die Lounge-Variante. Vierschlauch habe ich was anderes. In ihr nämlich eine Vierschlauch-Pfeife, in dem hochpreisigen Segment haben wollt, gibt es für mich eigentlich nur zwei. Einmal haben wir hier die Stimulation Pro X3. Das Besondere bei der ist nämlich, dass man entlüften kann, wenn man mit mehreren Leuten raucht. Das heißt, keiner muss den Schlauch zu halten oder sowas. Ihr könnt einfach ziehen, pusten und habt extrem coole, extrem viele Entlüftungsmethoden. Und das kommt natürlich mit einem stolzen Preis. Die Pfeife geht los bei 380 bis 390 Euro. Je nachdem, welche Bowl, weitere Ausstattungsdinge man noch haben will, geht das noch ein ganzes Stückchen höher. Aber wenn jemand was ultimativ Geiles im Vierschlauch-Bereich haben will, dann ist das auf jeden Fall meine Empfehlung. Also wenn jemand entlüften können will mit einer Vierschlauch-Pfeife, gibt es für mich nur diese Pfeife. Aeon hat auch eine. Die Edition 4 Premium kann man auch entlüften mit mehreren Leuten. Allerdings ist die Aeon Edition 4 Premium ein bisschen älter. Und auch das System im Vergleich zu dem Perch Pro, wie es bei der Stimulation heißt, ein bisschen in die Jahre gekommen. Eine Pfeife, die vor allem für unglaublich gute Verarbeitung hier mit in der Liste ist, ist die Stimulation Pro X Mini. Auch mit sehr coolen Blow-Off-Möglichkeiten, verschiedenen Bowls, allerdings keine Steckbowls. Da gibt es nur die Standardbowls mit dem Klickverschluss, der für Stimulation ebenso bekannt ist. Oder für den Stimulation bekannt ist. Eine sehr coole Pfeife. Im Vergleich zu den anderen sehr coolen Pfeifen hat man eine bessere Verarbeitung. Das lässt sich Stimulation aber auch direkt bezahlen. Die Expansion Mini ist ja noch knapp unter 200 Euro. Die Pro X Mini ist dann allerdings schon knapp über 200 Euro. Trotzdem geiles Rauchverhalten. Also es kommt ja nicht auf die Größe an. Sondern auf die Qualität. Und die Qualität ist bei Stimulation auf jeden Fall on point. Und wenn die euch gefällt, definitiv eine Empfehlung wert. Hier haben wir auch eine sehr besondere Pfeife. Und zwar ist die nächste auf unserer Liste die Mose Verity. Sehr, sehr anpassbar. Ihr seht sie bei mir jetzt hier in der kleinen Variante. Man kann die aber auch genauso in groß rauchen. Sie hat auch eine Standardbowl dabei, wo man sie schrauben kann. Hat aber, wie ihr bei mir gerade seht, auch einen Steckbowl-Adapter. Das heißt, wenn ihr euch jetzt einmal eine Pfeife kaufen wollt, die ihr in sehr vielen verschiedenen Varianten rauchen könnt, dann ist die Verity wahrscheinlich das Beste, was es gibt. Man kann sie mit vier Anschlüssen kaufen. Gibt sie aber auch in einer Launch-Variante. Die Launch-Variante habe ich zum Beispiel hier unten. Da seht ihr einmal die Mose Verity in groß aufgebaut. Mit einem Schlauch. Das heißt, so kann die Pfeife aussehen. Man kann sie aber auch so aussehen lassen. Es gibt Sleeves für die Schlauchanschlüsse. Es gibt genau dieselben Sleeves auch nochmal für die Rauchsäule. Das ist jetzt das normale Edelstahl-Sleeve. Und hier wäre zum Beispiel ein Epoxy-Sleeve drauf. Also ihr seht schon, sehr, sehr krass anpassbar. Das Einzige, was ihr euch auf Dauer überlegen müsst, ist eben, ob ihr einen Anschluss wollt oder vier. Auch eine sehr coole Pfeife, die vielleicht interessant sein könnte, ist die Case Grid. Für mich aber vor allem in der Steel-Variante interessant. Dann kostet sie aber auch über 200 Euro. Aber eine coole Pfeife mit einer besonderen Optik und einem geilen Rauchverhalten. Also die könnte vielleicht auch für euch interessant sein. Und noch recht neu auf dem Markt, die Moses 4. Auch eine Pfeife, die man eher wollen muss, weil für das Geld, 230 Euro kostet die, könnte man sich auch auf jeden Fall was anderes holen. Aber ich sag mal, in dem Bereich ist es halt wie gesagt oft ein Wollen und kein Brauchen. Und mit der sehr besonderen Optik und dem geilen Rauchverhalten kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn jemand einfach eine Sphere haben will. So wie ich zum Beispiel. So, noch ein paar Empfehlungen, was russischen Style angeht, beziehungsweise russische Pfeifen. Ich finde, man klaut es immer sehr, sehr cool. Man muss aber dazu wissen, dass man teilweise deutlich mehr bezahlt als bei den deutschen Premium-Herstellern. Und die Qualität von den deutschen Pfeifen meistens viel, viel besser ist. Aber zum Beispiel rechts auf der Seite in dem Regal seht ihr die Fibonacci von Union Hooker. Finde ich auch sehr, sehr geil. Ich kann euch gar nicht sagen, was das mit dieser Pfeife ist, aber ich bin einfach verliebt in die Pfeife. Also ich mag das Rauchverhalten super gerne. Ich finde die Optik extrem geil. Weil die Russen haben oft einen sehr, sehr eigenen Stil bei den Pfeifen und deswegen noch ein paar kleine Impressionen. Zum Beispiel links die McCloud finde ich cool. Ich habe auch die Exclusive-Modelle, aber das ist... Das kann man eigentlich nicht rechtfertigen, so viel Geld für eine Pfeife auszugeben. Aber rechts die Fibonacci, sehr, sehr nice Pfeife. Auch sehr coole russische Pfeifen für mich die Modelle von Duscha. Wobei man da eigentlich mit gutem Gewissen nur auf der rechten Seite die Basic empfehlen kann. Die hält sich noch im Rahmen vom Preis, hat aber trotzdem einen russischen Style, sowohl was Rauchverhalten angeht, als auch natürlich die Optik. Die Valkyrie links, natürlich optisch ein bisschen ansprechender. Dafür direkt fast dreimal so teuer. Und eine meiner Lieblingsempfehlungen, wenn es um russische Pfeifen geht, die Alpha Hooker Modell X. Eine der erschwinglichsten russischen Pfeifen. Gibt es mittlerweile oft im Angebot. Gibt es in wahrscheinlich mittlerweile hunderten Colorways und passt auch zu sehr, sehr vielen Bowls und hat ein geiles Rauchverhalten. Falls ihr euch eine Tradi zulegen wollt, hätte ich zwei, drei Empfehlungen. Das wäre hier auf der linken Seite in diesem Fach eine CRT-Traddi, die kostet um die 35 Euro. Für 35 Euro dürft ihr nicht viel erwarten, aber falls ihr einfach eine Pfeife für euren Apfel oder für Traube haben wollt, wäre die CRT für den Preis absolut in Ordnung. Natürlich keine krasse Qualität, wird euch nicht ewig überleben, aber funktioniert erstmal und kostet halt sehr, sehr wenig. Eine andere Empfehlung bei Tradi wäre auf jeden Fall die MIG-Traddi. Ich habe mich aber für eine andere entschieden und zwar ist das diese hier, die ATH-Traddi. Einfach eine absolut wunderschöne Pfeife, praktisch genau das Gegenteil von der CRT. Extrem teuer, zwischen 350 und 450 Euro. Je nachdem, ob im Angebot und wo und wann ihr kauft. Aber eine unglaublich schöne Qualität, eine wundervoll geformte und auch verzierte Bowl. Also allein die Goldverzierungen auf der Bowl sind wirklich einfach unglaublich schön. Nonplusultra für Tradi, für mich auf jeden Fall die ATH. Die letzte Kategorie an Pfeifen, wo es für mich eigentlich nur zwei Gewinner gibt. Einmal auf der linken Seite die Viral Ones und auf der rechten Seite noch die Emotion Roams. Die kostet 70 Euro, die kostet 80 Euro. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Für mich persönlich, ich würde nehmen, was euch besser gefällt. Guckt euch die Videos zu den einzelnen Pfeifen nochmal an, falls ihr euch da nicht entscheiden könnt. Und das waren meine Pfeifen-Empfehlungen. Pfeifen, die ich besonders mag, die mir über die Jahre gute Dienste geleistet haben, für die ich stehen kann, die ich euch ans Herz legen kann. Wenn euch jetzt einige Pfeifen auf dieser Liste gefallen haben, würde ich euch empfehlen, nochmal die gesonderten Reviews in voller Länge dazu anzugucken. Und dann hoffe ich, dass ihr mit eurer neuen Pfeife viel Spaß habt.